Mit der Erfindung eines einzigartigen Fußbettes haben wir Geschichte geschrieben. Doch Birkenstock ist mehr als ein Schuh. Birkenstock ist ein Gefühl. Diese Geschichte haben wir jetzt konsequent weitergedacht. Mit der Entwicklung des innovativen Birkenstock-Schlafsystems können Sie das Birkenstock-Gefühl nun auch im Bett genießen. Wir kombinieren einen wellenförmigen Lattenrost und eine hochwertige Matratze mit einzigartiger Kork-Latex-Auflage. So passt sich unser Schlafsystem jeder Körperform an und bietet einen beispiellosen Liegekomfort. Dafür verwenden wir ausgewählte Materialien. Massives Eichen- und Buchenholz aus europäischen Wäldern. Natürliche Öle. Reißfesten Loden. Und hochwertiges Dickleder. Alles in sorgfältiger Handarbeit natürlich vereint. Das Birkenstock-Bett erfüllt besondere Ansprüche. Wir nennen es das perfekte Schlafgefühl. Birkenstock Das Birkenstock. Die Kork-Bett